Da ist er wieder. Unser Ochsenberg. Obwohl schon vor 30 Jahren das Bergwerkseigentum verkauft wurde, gibt es ihn noch. Was wir tun können, damit das auch noch lange so bleibt, wollen wir euch heute in diesem Video erklären und welcher ganz entscheidende Schritt bald ansteht. Allerdings wird es jetzt erstmal etwas trocken, weil wir ins deutsche Recht eintauchen. Am besten also, was zu trinken bereitstellen. Los geht's. Das Bergwerkseigentum zu besitzen reicht noch nicht, um einen Abbau zu beginnen. Dazu wird noch eine Betriebsplanzulassung benötigt. Um diese zu erhalten, braucht es ein bergrechtliches Zulassungsverfahren. Geregelt ist der Ablauf im Verwaltungsverfahrensgesetz. In Sachsen ist das Oberbergamt in Freiberg zuständig. Im Vorfeld findet meist eine Abstimmung mit verschiedenen Behörden statt. Ein sogenannter Scoping-Termin. Dabei stellt der zukünftige Betreiber seine aktuelle Planung vor. Dieser Scoping-Termin fand im April 2013 statt. Was ja schon eine Weile her ist. Im Ergebnis wurden der Deutschen Quarz AG Anregungen mitgegeben, was sie aus Sicht der beteiligten Behörden alles bei der Erstellung der Antragsunterlagen beachten muss, damit der Antrag genehmigt werden kann. In diesem Antrag muss die Deutsche Quarz AG konkret beschreiben, was genau passieren soll. Wie viel Kies abgebaut werden wird, wie und wohin abtransportiert, welche Auswirkungen das auf Wasser und Umwelt hat, welche Schutzvorkehrungen deshalb getroffen werden, wie die Menschen, die hier leben, nicht beeinträchtigt werden, wie das Gebiet anschließend renaturiert werden soll. Und noch vieles mehr. Die Deutsche Quarz AG plant ihren Angaben nach, demnächst die vollständige Antragsunterlagen einzureichen. Damit beginnt dann das Planfeststellungsverfahren. Die Unterlagen der Deutschen Quarz AG werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Und damit kommen wir alle ins Spiel. Während der Veröffentlichung dieser Unterlagen können nicht nur Behörden ihre Bedenken und Einwände äußern, sondern auch ganz normale Leute. Also wir. Ab der Veröffentlichung haben wir allerdings nur sechs Wochen Zeit, unsere Einwendungen zu formulieren. Wer in diesem Zeitraum kein Einwand erhebt, ist für den Rest des Verfahrens raus. Damit braucht man dann später auch keine Hoffnungen auf mögliche Entschädigungen haben. Es wird davon ausgegangen, wer kein Einwand erhebt, ist mit den vorgelegten Plänen einverstanden. Seht ihr noch durch, wenn nicht nochmal kurz zurückspulen oder einen kleinen Schluck trinken. Ist sicherlich gerade elf Uhr geworden. Und weiter. Was können das für Einwendungen sein? Zum Beispiel, dass euer Recht auf Gesundheit gefährdet ist, weil ihr dem Lärm ausgesetzt seid und den Abgasen. Dazu muss man auch nicht direkter Anlieger an den betroffenen Straßen sein. Oder wenn ihr genau an der Straße wohnt, wo die LKWs lang donnern sollen. Dann könnt ihr schreiben, dass ihr euer Recht auf Eigentum gestört seht, weil euer Haus durch die Vibration kaputt geht. Oder der Wert eures Grundstückes deutlich sinken wird. Wegen der Lage an einer neuerdings Schwerlasttransportroute. Oder Thema mögliche Grundwasserabsenkung. Vielleicht befürchtet ihr, dass deshalb eure Häuser instabil werden. Was auch in der weiteren Umgebung ein Problem werden kann. Wenn ihr Wald in der Umgebung habt, wo ihr befürchtet, dass er vertrocknen wird. Oder eure Grundstücke. Mit eurem Brunnen drauf. Die dann austrocknen. Letzteres könnt ihr allerdings nur anmahnen, wenn eure Brunnen registriert sind. Und noch vieles mehr. Puh. Ich glaub, wir haben uns noch einen kleinen Schluck verdient. Naja, wir stehen ja immer noch auf zwei Beinen. Viele eingereichte Einwände zeigen, dass hier eine ernstzunehmende Menge von Menschen sich schützend um den Ochsenberg stellt. Genauso wie im Video. Nur jetzt halt auf juristischem Weg. Und ihr helft uns damit, dass die jetzigen möglichen Abbaugebiete auf dem Ochsenberg vielleicht irgendwann für immer und ewig gestrichen werden. Ihr braucht eure Einwände nicht wissenschaftlich begründen. Ihr müsst nur mit euren Worten nachvollziehbar beschreiben, wozu und warum ihr genau Bedenken habt. Wir werden euch gern bei den Formulierungen der Einwendungen unterstützen, wenn es dann soweit ist. Eure Einwände verursachen auch keinerlei Kosten für euch. Auch nicht, wenn sie später abgelehnt werden. Es haben nicht nur Privatpersonen, sondern auch Vereine und Betriebe die Möglichkeit des Einwandes. Der Kiesabbau hat nämlich auch gravierenden Einfluss auf wirtschaftliche Grundlagen unserer Region. Stichwort Wasser und Wald. Also beispielsweise auf Landwirtschaftsbetriebe, Fischereibetriebe, Gärtnereien, Tourismus, Forstwirtschaft. Da geht es schlimmstenfalls um Existenzen und um wirklich schon vorhandene Arbeitsplätze. Alle Einwendungen und Stellungnahmen werden anschließend wieder der Deutschen Quarz AG vorgelegt. Die muss zu jedem Einwand Stellung beziehen. In der darauf folgenden Anhörung wird geschaut, ob es Lösungen dazu gibt oder ob diese Einwendungen weiterhin Bestand haben. Das Ergebnis dieser Anhörung wird dann dem Oberbergamt Freiberg vorgelegt und die müssen dann entscheiden, ob ein Planfeststellungsbeschluss ergeht. Und selbst wenn der Planfeststellungsbeschluss ergangen ist, kann gegen diesen beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage erhoben werden. Aber wir hoffen, dass es gar nicht so weit kommt. Kann also noch ein langer Weg bis zu einer Betriebsplan-Zulassung werden. Und damit zum Kiesabbau. Wenn überhaupt. Wir werden euch natürlich Bescheid geben, wenn das Planfeststellungsverfahren eröffnet wird. Und wie wir euch konkret beim Schreiben der Einwendungen unterstützen werden. So, jetzt haben wir uns wirklich einen Schluck verdient. Einen richtigen Schluck. Prost! Äh, und achso, wir werden den Kiesabbau natürlich verhindern. Danke für eure Unterstützung. Eure Ochsenberg-Initiative. sehr früh. Untertitelung des ZDF, 2020